Dann heißen wir euch herzlich willkommen zurück bei einer neuen Let's Play Minecraft Folge. Es sind jetzt was Schlawenzels tun da unten eigentlich rum. Ich glaube ich muss mich einfach mal umbringen, soweit ich gepflegt. War ich der einzige, der gerade einen Lag hatte? Ne, ich auch. Ja, ganz kurz. Warte, ich hab gelegt... Okay, ich werd das mal bisschen aushöhlen, ne? Boah. In eine symmetrische Form. So, dann mach ich mal Schilder. Und das können wir auch mal... Wir können ja jetzt mal anfangen Räume zu unterteilen. Klingt sehr schön. Ich fand das Haus, das ich bei mir gebaut hatte, hattet ihr das gesehen? Also mein erstes Haus? Ja, das hab ich gesehen. Nicht wahr? Das war eigentlich schon eigentlich ganz cool. Ja, das war doch was. Und nicht einfach eine Tür hier vorne, sondern so einen Vorhof und all sowas. Hätte ich auch Lust dran weiter zu arbeiten. Aber jetzt müssen wir dieses gemeinsches Projekt einmal durchziehen. Irgendwas müssen wir mal durchziehen. Ach du scheiße. Ach du scheiße. Wir richten hier gerade einen Abkeller ein. Ja, aber nicht mit so einem Abgang hier und nicht hier. Ist nicht. Ach hier sind noch Hosen, die kann ich gebrauchen. Und jetzt hast du schon deinen Senf dazu abgegeben, wie du das besser findest? Was soll ich abgegeben? Ja, dein Senf. Äh, was? Ja. Deine begründete Meinsch. Ach so, ja klar. Ehrlich. Ja. Na, was sagst du? Ja, alles drin. Der Senf ist hier gerade um ein. Wollen wir das mit einer richtigen Treppe machen oder mit einer Leiter in den Keller? Treppe. Dann sollten wir das vielleicht nicht ganz so in die Mitte hauen und sagen. Doch, doch. Ich finde das so ganz gut. Ja gut, wenn wir daraus drum herum bauen, praktisch säulenmäßig oder so. Ja, genau. Und das dann hier praktisch eine Art Eingangsbereich wird, wo dann die verschiedenen Flure kommen oder sowas. Ich finde das wird so ein ganz großes Haus. Also so richtig riesig. Und dann so verschiedene Etagen, aber da kann man auch in der Mitte runterfallen oder so. Ja, das finde ich gut. In der Mitte machen wir so ein... Das ist praktisch schon eine Wendeltreppe. Ja, genau so. So sowas. Dann mach ich hier grad scheiße. Gut, dann mach ich mal kurz die Wendeltreppe. Mach ich mal eben so. Und so muss das Loch hier nochmal um ein Feld vergrößern. Da wir uns sonst die ganze Zeit nicht verstoßen. Hallo? Dann muss die Workbench weg. Blöd. Geht das? Ja. Gut. Die Steintreppen sind sogar nur provisorisch. Da werde ich gleich wieder abreißen und mich Holztreppen ersetzen. Dann schau dir dasselst. Das ist jetzt nochmal. Dann. Dann schau dir das. Dann mach ich es. Mit Geländer wäre das noch cool. Wow, wow, wow. Ach du scheiße. Ach du eilige Scheiße. Was denn? Kacke. Der ist da über unsere Mauer rübergesprungen. Vielleicht müssen wir die mal ein bisschen höher aus mir. Ja, hier. Ist ja auf Bodenniveau. Oh, sorry. Ich werde das mal kurz mit ein bisschen Dreck erhöhen. Nee, nix mit Dreck hier. Ich habe keine Holz mehr. Nee, komm, ich habe Holz in meiner Tue. Kannst du reingehen. Okay, ich brauche irgendwas zu fressen. Fenster müssen wir auch mal machen. Soll ich das... Kann mal einer Holz nehmen? Kann mal einer Sandfarm gehen oder so? Oder... Irgendwie sandt irgendwo? Noch irgendwo eine Workbench? Ja, ich habe sie... Ich habe sie irgendwo schon gefragt. Warte, ich brauche mal kurz eine. Gut, ich habe jetzt eine. Hier. Versteht. Ah, mein Handy. Keine Ahnung. Ist das eine Wendeltreppe hier? Ja, oder? Das stützt sich so als... Als Wendeltreppe, Tue ich. Und da wechseln die Finger ab. Ja. Obwohl doch. So, ein bisschen Holz. Oh. Ach du Scheiße. Das läuft ja unser Keller voll. Blöde Moment, wenn man bemerkt, dass man kein Dach hat. Ich glaube, wir sollten wirklich schlafen, dann ist der Regen auch vorbei. Glaube ich nicht. Passt zur Hölle? WDL. Ich habe es da reingekickt. Ich dachte. So, dann teleportier mich mal bitte. Ein Moment. Wow. Das stand da einfach still. Ja, immer diese Skelette, ne? Hat es kurz gelaggt und ich war tot. Das war nicht ganz so optimal. Ich sehe da irgendwie gerade eine Leuchtinsel von dir draußen auf dem Meer. Kann das sein? Hm. Mir fehlt die Hälfte. Ja, ich habe die Hälfte eingesangt. Na gut. So Wichtiges hatte ich jetzt auch nicht dabei. Haben wir zufriedenigerweise noch Eichenholz? Wegen farblich. Oder sonst müsste ich hier bauen jetzt, so welche Treppe da ran bauen. Und das sieht farblich nicht so. Na gut, hat auch was. Wenn dann schon farbliche Unterschiede sind, aber... Ich mag das Birkenhaus. Ne, nimm doch durch das. Okay. Ist es tot? Ne, ich hätte sie jetzt ingebracht. Mann, erblickt den Turm. Xardas in der Ferne. Echt schönen Anblick. Ja. Also ein Schwert wäre aber schon taktisch. Äh, ja, Alex. Ich habe eins. Ja gut, dann... Soll ich dir eins geben? Ja, keine Ahnung. Ich hatte ein Eis-Schwert. So. Achso. Na gut, das habe ich nicht. Kann sein, dass Feli das auch aufgesammelt hat. Keine Ahnung. Ja, ich habe ein bisschen was denn hier aufgesammelt. Ja, ja, gut. Da, da ist ein Schwert. Da ist Birkenholz. Keine Ahnung, ob dir das gehörte. Hier ist nur ein bisschen... Da sind Fackeln. Reichensetzlinge, Wassereimer, Gehirn, Kohle. Boot. Steine hatte ich auch nicht. Das da gehört hier auch. Ich habe gesagt, das gehört dir. Oh, ich habe deine Fackeln. Weit mal gerade auf. Also, falls du welche brauchst. Ich glaube, das war alles, was ich von dir habe. Ja, okay, danke. Achso, ich habe die Schaufleppen hier von dir aber... Ich reise da mal in Ferne dann. Okay. Nee, Birkbench. Wo ist die Hinsel? Ja, super. Okay, ich glaube, ich mache einfach mal die Setze da zu, ne? Du was? Damit die Spinner und so weiter nicht mehr hier rüber hoppen. Ja. Ah, nee, warte mal. Wie kommen die hier rüber? Die können noch klettern. Oh, scheiße. Zeit, wann das denn? Schon mit einem... Wie Alpha oder... Äh, Beta-Page, glaube ich. Okay. Ich wusste nur, dass die zwei Felder springen können, ne? Wusste ich nicht. Äh, wie macht man denn jetzt Fensters? War das nicht so... Ach, super. Ja. Ach, kann man seit Neues durch... die Rosen durchfahren? Wie macht man Gartenzäune? Na, super. Zeug wächst natürlich auch nicht hier. Weiß jemand von euch, wie ich Gartenzäune mache? Weil du ganz normale Fenstels? Äh, ich glaube, das waren mit Stöckern und dann... Ach, mit Stöckern. ...2x3, weil... Stimmt. Danke. Okay. So. Jetzt werden wir noch in der Sattel. Wo haben wir denn... Einsetzen. Hm, das sieht scheiße aus. So. Schuhe. Uiuiui. Oh, hübsch. Ja, ne? Du hättest kein Dach überm Kopf. Ich werde ein bisschen Birkenholz fahren gehen für den Keller. Okay. Bei Alex, irgendwann wenn wir mal nichts zu tun haben, müssen wir mal in unserem... Äh... ...unser Insel weiter arbeiten. Hm? Man. Yo. Praktisch. Hm. Serieninsel. No. Ab und zu mal Rohstoffe holen. Eigentlich müssten wir die auch mit unserer Höhle verbinden. Ist sie wahrscheinlich auch sogar. Wo ist denn jetzt hier? Eins, zwei... Okay, okay. Ich glaube das war's, aber ich bin wieder bei 15 Minuten der Folge. Und langsam werde ich auch müde. Äh... Ja, ich... Ja. Ey, Moment. Wie sieht das scheiße aus? Ich bin auch in Sicherheit. Hm. Nette Eingang. Danke. Oh. Ha. Nice, Alex. So. Das hast du schick gemacht. Hm. Ich hab ein bisschen was zu futtern besorgt. Acht Brote. Oh. Soll man ein Boot essen? Wie backt man ein Boot? Pfff. So lautet der Titel eine halbe Folge. Wie backt man ein Boot? Finger weg, sonst Finger ab. He. He. Hm, ich weiß ja nicht. Das sieht ein bisschen komisch aus, glaube ich. Hm. Was ist das denn? Ja, ich weiß nicht. Ja, Spahn an... ... an Erde, oder was? Da. Ich weiß nicht. Sieht das so gut aus? Wir leben hier in einer Kultuose. Wir sind nicht reich. Wir können nicht verschwenderisch umgehen... ... mit unseren Sachen umgehen. Eins, zwei, drei. So. Hier. Oh ja. Wackeln mal ein bisschen anders. Oh ja. Wackeln mal ein bisschen anders. Oh ja. Geht gar nicht. Ich glaube wir werden die Folge einfach mal für heute und gucken dann beim nächsten Mal wie es weitergeht. Und... Seien da euch. Ciao. Tschüss.